Hallo, heute geht es um das Thema Lichtkanal, der neue Lichtkanal von Trilux Finea. Und zu dem Anlass habe ich mir Alexa Böhm aus dem Produktmanagement geladen. Hallo Alexa. Hi Christian, ich freue mich hier zu sein. Alexa, du hast uns eine ganze Bandbreite schon mal oder einen Teil der Bandbreite mitgebracht. Vielleicht sag uns mal ganz kurz, was sind die Highlights des neuen Lichtkanals? Ja, das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, weil das Tolle an der Finea ist einfach, dass wir eine riesige Bandbreite haben, klar, aber dass wir dazu ein wirklich flexibles System haben, was da einfach in der Planung ist und auch noch in der Installation. Was heißt das im Detail? Insbesondere fangen wir vorne bei der Bandbreite an. Vielleicht führst du uns mal einfach dazu und zeigst uns die Spielmöglichkeiten, die der Planer hat. Gerne. Also wie wir sehen, wir haben schon mal unterschiedliche Installationsvarianten. Wir haben Einbauleuchten, wir haben Anbauleuchten, wir haben Hängeleuchten mit direkt indirekter Lichtverteilung und wir haben sogar Wandleuchten. Also wirklich für jede Art quasi im Raum die passende Leuchte. Und das paaren wir mit unterschiedlichen Lichtfarben zum Beispiel. Das heißt, wir haben von 2700 bis 4000 Kelvin statische Lichtfarben, alles im Portfolio. Wir haben Active-Varianten, perfekt für HCL-Projekte quasi. Und wir haben unterschiedliche Farbwiedergaben, das heißt CI80, CI90, gar kein Problem mit FINEA. Und das Tolle ist, dass wir zusätzlich auch noch die Möglichkeit haben, Sensorik- bzw. Notlichtkomponenten zu integrieren. Das heißt, welche Einsatzgebiete siehst du für den Lichtkanal? Die sind eigentlich so vielfältig wie die Möglichkeiten, also wie die Varianten. Wir haben dank der unterschiedlichen Optiken auch eine große Bandbreite. Wenn wir jetzt mal anfangen im Office-Bereich vielleicht, da haben wir eine extra BHP-Optik, sodass die FINEA nicht nur zur Inszenierung, sondern auch zur Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen eingesetzt werden kann. Gehen wir ein Stück weiter, Shop-Retail-Bereich, da haben wir hier diese schwarze Abdeckung. Die ist optimal, damit man quasi das Licht ein bisschen oder die Leuchte an sich ein bisschen verstecken kann in dunklen Decken, aber trotzdem eine super Lichtwirkung hat. Wir haben ein Warwashing-Portfolio, perfekt für die Schulbeleuchtung, Tafelbeleuchtung zum Beispiel, oder aber auch im Museum, um dort die Bilder anzustrahlen. Jetzt ist das ja ein wirklich großes Portfolio, viele Möglichkeiten. Und beginnen tut das immer mit der Planung. Wie habt ihr das geschafft, dass das einfach ist, dass ich nichts vergesse, dass ich also wirklich eine Lösung habe, die nicht nur variantenreich ist, sondern auch letztendlich funktioniert? Genau, also diese Bandbreite an Möglichkeiten möchte man ja irgendwie unter einen Hut bekommen. Und dieser Hut ist quasi unser intuitives Konfigurationstool. Das Tolle an diesem Konfigurator ist, dass man quasi immer fertig ist. Das heißt, man startet mit einem vorselektierten Lösungsvorschlag. Den kann man natürlich immer individuell anpassen. Man möchte die schwarze Abdeckung und nicht die Transluzente haben. Gar kein Problem. Aber man kann dank dieser Lösungsvorschläge nichts vergessen. Gerne Zubehöre, Seilauffängung oder so. Und dann ärgert man sich am Ende. Das kann hier nicht passieren. Und am Ende bekommt man ein Download-Angebot mit Datenblättern, mit Preisen und hat so das Rundum-Paket. Und dann ist das Paket irgendwann auf dem Weg zur Baustelle, zur Installation. Und dann habe ich natürlich variantenreiche Produkte. Wie habt ihr das gelöst, dass auch der Installateur vor Ort den Überblick nicht verliert, sondern sehr schnell dann die Lösung auch in oder an die Decke bekommt? Genau. Diese, ich nenne es einfach mal Durchdachtheit des Konfigurators, ziehen wir sozusagen weiter auf die Baustelle zur Installation. Denn wir haben das Etikettensystem der Verpackungseinheiten nochmal überdacht. Diese Etiketten haben einen Konfigurations- bzw. Planungsbezug. Und deswegen können die einzelnen Verpackungseinheiten ganz einfach der richtigen Position zugeordnet werden. Also habt ihr auf jeden Fall ein rundes Portfolio von der Vielfalt über die Planung, bis zur Installation, das ist an jeder Position einfach gemacht. Und vielen Dank für diese Insights, Alexa. Wenn auch Sie ein kreatives Lichtband schnell planen und installieren wollen, haben wir alle Details für Sie natürlich nochmal verlinkt, auch zum Konfigurator und zu weiteren Themen, von denen wir gesprochen haben. Und deswegen freue ich mich, Sie bald wiederzusehen in einem der nächsten Videos. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.